können wir mit der alien sonde waren naja wahrscheinlich können wir ja nichts machen und hier auch nichts hier schon eher klar scherbe brauchen überall schlüssel dafür weiter konnte mir hier auch nicht und hier auch nicht sind wir jetzt völlig umsonst hier hin wie sollen wir jetzt wieder hoch kommen auch jetzt gehen wir von der anderen seite hoch okay zack dann gehen wir hier jetzt noch nicht hin gehen wir mal hier lang vielleicht kommen wir ja sogar jetzt hier schon oder nehmen wir den thema express und pharma schütten was ist das hier foto dojo oder dojo keine ahnung ähm okay so wir wollen zur schule eigentlich sondern hier okay aber ich habe ja gesagt dass wir erst mal ein paar nebenmissionen machen deswegen da können wir gar nicht hin okay dann gehen wir jetzt erst mal dahin drauf geschissen jetzt müssten wir eigentlich bei den gaffs oder govs sein das ist auch noch irgendwas wo reingehen können dann hi ich glaube es ist das neue Kind das die Leute sprechen du bist es neue Kind das ist für die goth Kinder was ist das die Königin der Koopa Keep um die wickenden Elfen zu kämpfen alle Rekritte willkommen sorry Frodo wir spielen nicht in Dungeons und Dichbags ja beat it new kid oh come on let's do it we never do anything no way we can't do what this kid asks us to do he's a conformist look at his clothes and his hair yeah tell you what new kid get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again yeah if you want to prove you aren't a conformist then you need to look exactly like we do then maybe we'll consider hanging out with you also es uns genauso jetzt verhalten anziehen pipapo wie die there is this cool old dude who sells clothes on the other side of town find etwas Kaffee find dies kaufe Gov Kleidung na geil das ist hier dann also können wir noch gar nicht rein schade schade müssen wir zuerst mal irgendwo hingehen wo wir uns Gov Kleidung kaufen können aber wo steht das vielleicht irgendwo da kaufe eine Gov Mütze und setze sie auf ja wo denn irgendwo 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 in South Park ein Stück also eine Packung Zigaretten mhm alter Falter was die alles wollen kaufen wir da uns am besten welche ich kann mir da was holen ah hier ist noch eine Tasche na nicht euer ernst jetzt ne muss ich jetzt echt hier zwischen den Autos langlaufen und dann alter Schwede so jetzt aber ok ok dann schauen wir jetzt mal hier ach wir können ja natürlich mal toll könnte ich nicht irgendwie schnell laufen hm keine Ahnung und davon viel hier waren wir schon gucken konnten wir nicht irgendwie zu so einem Markt gehen was ist denn das hier ein Restaurant was ist hier ach da können wir dann ok da finden wir dann also die Zigaretten das ist cool ah hier haben wir noch ein Kind hi na jetzt haben wir dich gefunden toll hast du fein gemacht irgendwo im Park Zigaretten finden im South Park natürlich ne das sind dann wohl die wasap nö es gibt es eine komm ich glaube sie sind aber viel stärker als nö ein paar Mal aufs Maul so auch toll der hat einen eigenen Pulli von sich an denkt er wohl er wäre wohl das Idol ach und ich darf jetzt gerade nichts machen oder was alter Finne Abwehr Feringer ach so wir hatten ja Schilder genau und du noch mal zack und weg bist du nein zwei Leben noch ob das schaffen wir jetzt komm easy weg ist er nur noch ein paar so noch ein Hit von uns dann ist er weg oha töte Scanny hier pass mal auf geht doch was hat der noch hier bei sich der Kollege Bratwurst nehmen wir auch noch alles mit hier putz okay Zigaretten haben wir Karte wo muss man sonst noch hin die Klamotten einkaufen da 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 müssen wir hin holy shit wir sind jetzt erstmal wieder zu ähm so ein Ding wo uns dann wieder der Timmer mitnehmen kann das war glaube ich auch hier irgendwo ja genau da ja genau da zack man bitte 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 einmal hier hin Timmer Timmer so ah die gibt es doch bei dem Kerl jetzt hallöle mal schauen Gov Kostüm nehmen wir mit das nehmen wir auch noch mit schön sonst noch irgendwas Emo Perücke brauchen wir jetzt grad glaube ich nicht können wir aber eigentlich auch mitnehmen hier ne ja also also stoppen wir uns mal damit aus Gov Mütze Gov Kostüm dann haben wir hier das ist auch geil das ist geil das ist geil die Phase macht jeder durch ja ja so ein Schnauzer der Ankerbart ne ne ähm Haare hatten wir auch noch hier passt ein Dildo ein Dildo aber wir müssen ja noch den Kaffee finden da ist er ok Stimmt ja eigentlich die Mission hatten wir auch schon da mit der speziellen Kaffeemischung und da ist doch auch irgendwas hier schau mal da wie kommen wir denn an die dran hier keine Ahnung das wird bestimmt auch irgendwie einen Weg geben na gut besucht hier welchen unserer lokalen Kaffee würdest du probieren? mhm ähm wir hätten gern ein Kaffee dunkle Röstung müsste der sein ne ja passt jetzt kommen wir zu den Gov Keks Keks vor allem weiß Newkid der Elf King hat eure Presence gefordert du kannst entlang kommen oder du kannst kämpfen aber ich versuche dir kämpfen dieses Kampf in diesem Spiel ist eine komplette Waste Zeit und du könntest gerne es kippen und komm mit uns ich würde gerne kämpfen aber ja ich komm mal mit du wählst wiserlich Newkid komm mit uns weil jetzt mit denen wir haben gar keine Rüstung das bringt nichts ähm hey Was ist dein Name? Er spricht nicht, Elf King. Er denkt, er ist heiß oder so. Du spielst du für den falschen Seite, Mann. Was hat Wizard Fat Ass gesagt? Wir haben die Regeln verbrüht und genommen die Stücke letzte Nacht? Er ist lieb. Cartman ist derjenige, der du gegen die Stücke schlägt. Das ist schützend. Und schützend und schützend, um dich zu bekommen, um mehr Menschen zu erzeugen. Wir haben einen Twitter-Raven, der sagt, dass du gerade versuchen, die Goths für den Wizard zu erzeugen. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack that carbon stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone, you're a butthole. Ja, mach das mal. Level 7. Ach, direkt so viele? Okay. Aber... Hier, Fähigkeiten schon wieder. Jetzt müssen wir nochmal Rambolen nehmen. Ja, ne? Oder sollen wir die hier? Hm, ich weiß nicht. Wohin, nehmen wir die hier? So. Vorteile haben wir jetzt schon wieder. Ah, wir brauchen noch zwei Freunde. Okay. Unser König kann dich vertrauen, aber das bedeutet, dass ich es nicht. Mhm. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen. Mhm. Keep out, da darf man jetzt nicht durch. Da ist ne Eule. Schön, schön. Habt ihr auch so'n Waffenladen hier? Hier ist der Shop, also okay. Das ist nett. Waffen, was habt ihr denn so Schönes? Das ist nice. Fuck. Das ist schon sehr geil jetzt. Ich glaube, die nehmen wir auch mal direkt. Mit dem Bogen auch. Nice. Was habt ihr denn so eine Ausrüstung? Ich weiß nicht genau, ob das was bringt. Zehn Rüstung. Das ist auch nicht schlecht. Aber... Das ist geil. Das ist geil. Nehmen wir erstmal mit. Sehen wir dann, ob wir es brauchen oder nicht. So, verkaufen. Kram. Können wir eigentlich alles weg? Achso, Stapel verkaufen. Alles weg. Brauchen wir alles nicht. Außer den Kaffee. Aber ich glaube, der ist nämlich da unter Dingens Verbrauchsgegenstände. Boah, wie viel Zeug haben wir denn hier? Das ist schon übertrieben jetzt. Kriegen wir das Geld locker wieder zusammen. Ich muss keine Sorgen zu machen. Wie zum Fingerfisch das. Geil. Schon geile Sachen, aber wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Alles weg. Boah, er kann locker die 130 erreichen. Haben wir ja schon. 140 ist vielleicht auch noch drin, ne? Mal schauen. Ich zemmatschte Augäpfel. Eisgrieben haben wir sogar auch. Ja. Sind schon drüber. Müllhändler sind wir jetzt. Okay. 150 schon erreicht. Holy shit. Nice. Sogar fast die 160. Nice. Ja, aber das will ich erst mal alles behalten. Ah. Direkt einen neuen Freund hier. Was ist hier so? Ah, eine Kiste. Geil. Richtig nice. Richtig nice. Da oben ist auch noch eine Truhe. Gehen wir erst mal nach oben. Zack, 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 zack. Schön. Schön. Ich mach doch nichts. Schön mal. Hm. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Zurück zur Mission. Denn die Mission war ja eigentlich, dass wir... Was zeigt denn das da hier? Achso, wir sind ja jetzt... Ah, okay, okay, okay. Hier ist eine Mission. Ah, das begreift von der Post ab, aber nein. Wir gehen jetzt... Wieder zur Schule. So, jetzt sind wir angekommen. Haben Zigaretten, Kaffee, Aussehen. Dürfen jetzt ja eigentlich nichts mehr schief laufen. Und wir haben Dildo. Und Stan als... Ist das Stan? Oh, Joy. It's Butthole, the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress. It's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA-Meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and take this sign to their table. Yeah, that will prove your individual. Maladay, go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign. Take to the PTA-Table. Okay. Die wollen ja immer mehr. Aber wo ist das denn? Gehe zum Elternrat und klebe ein Beleidigungs-Schild auf dessen Tisch. Okay. Aber wo ist der denn? Ist das hier? Nein. Ist das hier? Nö. Da. Okay. Dann gehen wir mal da hin. So. Willst du ein Freund von mir sein? Nö. Der ist schüchtern zurückhaltend. Hat keinen Bock auf mich. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, mach Spaß in da. Ich denke, ich werde es warten. Das heißt, wir müssen kämpfen? Ich weiß nicht. Müssen wir kämpfen? Vor allem jetzt sind wir nicht mehr da, ne? Weißt du? Ich stehe mir ganz vorne. Ich denke, wir müssen uns ein Taco Bellen sehen. Wir denken, dass wir eine Taco Bellen sehen. Wir sehen uns ein Taco Bellen mehr als unsere Kinder. Was ist nicht wirklich eine Taco Bellen, die wir beschäftigen uns? Danke für die kommen, neue Kind. Jeder? Das ist ein Kind, der Familie hat sich einfach nach der Stadt. Wir haben uns sehr nahe Freunde. Sein Name ist... Was ist dein Name? Also, diese Kindheit und ich haben etwas gesehen, die letzte Nacht. Und ich würde dich hören, seine Geschichte. Ach du Scheiße. Mhm. Ich soll nur den Kacktell draufkleben. Ey. Wohlfahr. Ähm. Alles klar. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier. Die hier nehmen wir jetzt mal mit. Den langen Bogen. Wenn der Stress will sind wir auf jeden Fall gewappnet. Ja. Okay. Anlegen. Hier haben wir jetzt keine Hemd für. Nehmen wir den. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber besser als nix. Nehmen wir doch erstmal die hier. Und vielleicht noch hier einen kleinen Bart. Oder den hier. Nice. Mal was anderes. Ghost Rider. Ich hab alle keinen Bock mehr. Ich hab alle keinen Bock mehr. Okay. Achso. Achso. Beide abwechseln. Okay. Hä? Hä? Schau. Siehst du das? Dein Fart ist da irgendwo irgendwo. Sie kam nicht nahe. Also. Was machst du, wenn Leute deine Farten blockieren können? Du musst lernen. Was? Was ist da drauf? Ich kann Karate? Was ist da drauf? Ich kann Karate? What the fuck? Wow. Wie nett. Ja. Ich habe dich distracted. Distracken deinen Gegner ist die Schlüssel für die Krieg. Schau. Ich zeige dir das wieder. Begut. Begut. Aufmerksamkeit. Mhm. Okay. Du versuchst. Mach deinen Fart hinter mir. Mhm. Oh. Oh. Hey, Leute. Oh. Hey, Mr. Mackie. Jetzt ist es dein Turnier. Verwendet den Sneaky-Squeaker, um den Mr. Mackie zu den Körnern. Da. Okay. Hä? Jetzt geht er noch, oder? Mach es wieder. So. Hey, habt ihr das gehört? Das klingt wie ein Chipmunk. Ein Backenhörnchen. Putsch. Sehr, sehr gut. Geil. Okay. Mal was anderes. Haben wir hier noch was anderes? Nö. Aber jetzt gibt es richtig aus dem Maul. Eine Taco Bell. Können wir dir quatschen? Nö. Der hat keinen Bock. Wo war denn das nochmal? Taco Bell. Das hier? Ich denke ja. Dann gehen wir jetzt mal da hin. So. Oh. Polizei. Was haben wir denn falsch gemacht? Damit müssten wir jetzt. Warte mal. Da ist immer falsch, ne? Ja. Ah. Dammit. Hier. hin. So. Coming soon. Alles weg hier. Oh. Na, natürlich. A. 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 Dankeschön. Uh, will this Taco Bell be serving Inchoritos? What? Is it gonna be a full menu Taco Bell, or is this gonna be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol, but he wants to know if the Taco Bell will have Inchoritos or not, sir. Dammit, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is gonna be a huge Taco Bell, will it serve Inchoritos? Unde-